Erst kürzlich offenbarte Til Schweiger im Interview mit BILD, dass er schon bald Opa werden möchte. Auch eine neue Freundin an seiner Seite wünschte sich der erfolgreiche Schauspieler in letzter Zeit immer wieder, vor allem nachdem seine Beziehung zu Produzentin Francesca Dutton recht schnell wieder in die Brüche ging. Doch nun scheint der Honig-im-Kopf-Star endlich wieder Schmetterlinge im Bauch zu haben. Mit einer blonden Schönheit zeigte er sich nun bei einer Boxgala in Hamburg. Er und seine Begleitung sollen sich sogar geküsst und gestreichelt haben. Und auch ein Statement gab Til gegenüber BILD ab und erklärte, es ist noch ganz frisch, mehr möchte ich noch nicht dazu sagen. Doch natürlich forschte die Zeitung weiter nach und so soll es sich bei Til Schweigers neuer Liebe um eine 25-jährige Erzieherin und Grundschullehrerin aus Hamburg handeln. Ob der Altersunterschied zwischen dem 56-Jährigen und seiner vermeintlichen neuen Flamme wohl noch zum Thema wird? Immerhin sind es 31 Jahre und Tils älteste Tochter Luna ist mit ihren 23 Jahren gerade mal zwei Jahre jünger. Die zweitälteste Lilly gerade mal vier Jahre jünger. Wir wünschen den Turteltauben auf jeden Fall viel Glück und freuen uns, wenn Til endlich weitere Details preisgibt.